Guten Morgen liebe Edelmetall-Freunde und die es noch werden wollen. Ich teile euch mal meinen Bildschirm. Das ist jetzt TradingView. Hier seht ihr den Spotpreis aktuell. Ich muss das hier mal rüber tun. Jetzt haben wir wieder die 2000 erreicht. Also das ist auf US-Dollar Basis. Das ist praktisch der Börsenpreis. Der physische Preis ist ja immer höher. Das ist jetzt in US-Dollar. Und hier, ich zeige euch das mal. Eine Kerze ist jetzt Monatsbasis. Jetzt gehen wir mal auf Tagesbasis. Eine Kerze ist immer ein Tag. Also das ist praktisch von da unten. Das ist jetzt hier der 8. März gewesen. Da waren wir noch bei 1820. Und jetzt ist es steil nach oben gegangen. Jetzt haben wir die 2000 durchbrochen auf Dollar Basis. Und wenn ich das jetzt mal hier auf 4 Stunden einstelle. Hier unten seht ihr übrigens immer das Volumen auf Zeitbasis. Grün bedeutet immer viel Kaufvolumen. Rot ist immer der Verkaufen, Leute. Also wer jetzt praktisch noch schnell eine Unze kaufen will. Anonym. Der muss sich schicken. Weil bei einigen Händlern ist es schon über 2000. Oder es ist knapp drunter. Dann muss man ja dann das Geldwäschegesetz beachten. Und diese Papiere ausfüllen. Und den Personalausweis abgeben. Oder man muss halt dann bald auf 20 Gramm umstellen. Also es geht ziemlich ab. Hängt wahrscheinlich mit der Bankpleite in Amerika zusammen. Und Silber schauen wir uns noch kurz an. Hier habe ich übrigens noch den letzten Höchstpreis eingestellt. Könnt ihr euch auch noch anschauen. Ich mache das vielleicht mal ein bisschen größer. Dann kann man es besser erkennen. Das war jetzt eigentlich der Höchststand. Das war am 8. März. Das war da, wo es mit der Ukraine-Krise losgegangen ist. Das ist auch ziemlich nach oben gegangen. Und dann ist es ja eigentlich seitdem wieder ziemlich runter gegangen. Das seht ihr ja hier. Machen wir mal eine Linie rein. Hier, das ist ja ziemlich nach unten gegangen. Also der dort noch eingekauft hat. Gratulation. Das war ja eigentlich bis 4. November. Und dann seht ihr ja, es ist wieder ziemlich steil nach oben. Hier ist es nochmal nach unten gegangen. Aber wenn ihr jetzt unten seht ihr immer die Maus. Wenn ihr jetzt auf Dezember, Dezember gestiegen, stiegen, stiegen. Dann ist es ja im Januar auch nochmal gestiegen. Und dann ist es wieder runter gegangen. Also ab 2. Februar ist es wieder runter gegangen. Und jetzt geht es eigentlich dauernd nur noch hoch zur Zeit. Ich bin gespannt, wie es weiter geht. Ja, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Und gebt es mal ein Like. Vielleicht mache ich dann öfter solche Videos. Hier zeige ich euch nur Silber. Also Silber ist eigentlich ziemlich günstig. Das sind alles Widerstands- und Supportbereiche, wo ich da einzeichnet habe. Aber Silber ist jetzt echt günstig. Trotz Mehrwertsteuer. Sind jetzt die Münzen teilweise günstiger wie letztes Jahr. Okay. Bis zum nächsten Mal. Euer Peter Acker von goldrendite.de Ciao.